Ich werde das im Übrigen so lange machen und ich werde euch so lange auf diese Reise mitnehmen, bis ich das geschafft habe. Das ist euch hoffentlich klar. Weil wenn ich diese Höllenqual durchleiden muss, dann ihr auch. Und hätte ich doch gerade nur einen Schlüssel gehabt im letzten Mal, dann hätte ich wenigstens meine 53 Coins zu netten können. Und warum ist das hier schon wieder Fragezeichen? Oh Mann. Okay, ein neuer Versuch. Da war ja gerade schon mal nicht schlecht. Ja, ich meine schon mal Caves 2. Das ist ja... Das ist ja... Ja, steinig und schwer voller Schmerzen. Ja, ich freue mich drauf. It hurts so gut, würde Pyromadic sagen. Ach du Scheiße. Oh gut, da kann ich einfach rüberfliegen. Das ist Gott sei Dank. Schön, dass ihr schadenfreudig zugucken werdet. Ich werde leiden, weinen und noch vieles, vieles mehr. Oh, ich hasse im Übrigen die Großen, die sich hier nochmal teilen. Das Schlimme ist, es war gerade wieder so nett, ja, mit den Penetrative Shots. Das war okay. Aber was du eigentlich brauchst, meines Erachtens, was richtig helfen würde, Brimstone Homing Shots. Und dann geht's dir glaube ich schon mal ganz gut. Weil dann kannst du aufladen vor dem Raum, gehst in den Raum rein und dann ist das... Really? Und dann ist das ja schon mal ein ganz gutes Pflaster. Weißt du, Haunt ist auch so ein Boss im... Als... Er... Fick dich! Als ersten Boss, ey, da kannst du ja kotzen. Warum? Ja, der Holy Mantle wird nicht droppen. Was will ich denn mit... Ja, warte mal. Das kann vielleicht helfen. Ich krieg schon wieder Geld, weißt du das. Das kann deswegen helfen, weil ich damit eventuell an Schlüssel komme. Die mir sonst verwehrt bleiben würden. Wenn du noch ein bisschen mehr spawnst, dann werde ich niemals an dich rankommen. Das ist wahrscheinlich genau das, was du willst. Aber ich find's beschissen. Manchmal kannst du dich auch hinter der Kugel verstecken. Das ist vielleicht auch ganz praktisch. Weil die Kugel macht auch Schaden an Gegnern. Seht ihr? Das kann man sich vielleicht hier so einfach ein bisschen dahinter verstecken. Ist ganz okay. Alter, ich komm an den Gegner nicht ran. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Das wird in 100 Jahren nichts. Da... Ne. Aha, ich werde leiden und sterben und heulen und fluchen wie nie zuvor. Alter, gibt's hier auch mal sowas wie Itemräume? Alter, diese Schlüsselarmut in Hard-Mode-Runs geht mir so auf den Sack. Wie gut, dass ich meine 100 Tode gleich voll hab. Das ist nix für mich, weißt du, ne? Weißt du, du bist schon gefühlt, dass du vor zwölf Stunden angefangen hast zu streamen. Irgendwann, äh, vielleicht bin ich auch müde. Weiß nicht. Also, dass ich müde bin, weiß ich. Aber vielleicht zu müde, ich weiß nicht. Sorry, Dallammein. Ach, das... Das... Fehlen mir die Worte. Jo, da bewegst du dich einmal und die rasten aus. Die rasten aus, als hättest du ihre ganze Familie umgebracht. Ja, nee, ist klar. Oh my God. Wir werden... Wir werden hier leiden. Aber... Freut euch auf... Okay, Reflection. Freut euch auf den Moment, wo wir es plötzlich geschafft haben. Holy shit. Dieser Moment wird für die Ewigkeit sein. Okay. Aber... Da muss man natürlich ein bisschen... Das ist nicht dein Ernst. Was soll ich denn dann noch mit den... Okay, das ist der Run, ja. Ich sehe das. Mother... Oh Gott. Ah! Was ist... Oh. Gips, bums. Nein. Just... No. My gosh. I'm gonna die. Ja! Weil mir Holy Water auch so viel bringt. Holy Water. Richtig nice. Weil ich mich auch so oft treffen lassen darf. Aiaiaiaiai. Chupterwoof. Warum kriege ich denn nur behinderte Items? Och. Hartmaut am Arsch. Wow, das hat's ja gebracht, ja. Ach, Losty. Warum hast du nicht so lustige Effekte wie Eden? Warum bist du so... Warum bist du so richtig scheiße und startest mit nix? Boah, Fliege, komm raus! Ich hab das gerade gesehen. Er hat den Schub der Whoopmund gehabt, aber hat nix gemacht. Okay. I see. Mit dem Cursed Room hat er's wohl nicht so, sagt er. Ist doch nicht so, als wir sterben, aber okay. Machen wir so. Für dich mach ich gerne mal einen Cursed Room. Okay. Oh, good God. Ich sag's euch, Caves war bedeutend einfacher. Wäre der Falle nicht gewesen, da wäre ne Menge drin gewesen, aber... Warum lasse ich mich eigentlich von Spinnen jedes Mal treffen? Warum? Ich hab... Ich, weißt du? Ich hab keine Phobie, ja. Ich find die Viecher einfach nur... E... Eklavt, ätzend. Gut, gut! Was will ich damit? Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Es sind immer die Spinnen, die mich töten. Ich komm mit denen einfach nicht klar. Bis heute nicht. Und das muss schon echt ne Menge heißen. Wenn ich das bis heute nicht schaffe. Oh, Aki! Oh, ein Malibum, ein Malibum, ein Malibum! Ich muss mir diese wieder so unendlich von den Viechern spawnen, ey. Komm, hau einen Zahn raus. Schön! Schön! Okay. Six Coins. Was haben wir noch? Gefehlt acht. taught mich. Oh, another key? Oh, another key? Ich tu die rein. Ah, neun fehlen noch. Okay. Drei noch bis zum nächsten Achievement. Dann, was kommt dann? Blue Candy, glaube ich, ne? Okay, der Larry wieder. Wobei halt wenigstens zwei in Ordnung sind. Drei waren echt anstrengend. Schön. Hau die Zähne nur so raus. Ja, der war gut. Wie gesagt, sehr gut, dass du da über die Haufen fliegen kannst. Ansonsten wäre es dir hier auf jeden Fall schon down gewesen. Okay. Die Wachstumshormone sind in Ordnung. Okay. Das ist nix. Aber jetzt brauchen wir trotzdem wieder Schlüssel. Das hilft alles nix, letztendlich. Du hast jetzt viel Lack ab, damit du mehr Zähne schießt. More Tooth. Oh. Zwei hintereinander hübsch. Auch hier wieder ganz wichtig dran denken. Ich kann fliegen. Das macht einiges einfacher. Und die Wachstumshormone sind wenigstens ein ganz nettes Damage Upgrade. Dann wieder die Coins. Komm runter. Ja, wirklich? Und wenn ich jetzt in Pit bin, dann geht ihr raus, oder was? Ist ja wohl ein Witz. Ich turniere natürlich immer noch zum Small Rock. Vielleicht zu einem Schlüssel. So weit, so gut. Immerhin mal ein Schlüssel. Okay. Da war so ein schöner Tooth, der natürlich irrsinnig geil gerade geprockt hat. Oh. Noch ein Schlüssel. Warte mal. Ah. Si, si. Si, si. Okay. Nein. Nein. Yeah! The blue candle has appeared in the apartment. Na ja wenigstens etwas. Wenigstens etwas. Okay. Monstro startet eher etwas unkonventionell. Boah, fuck. Oh, die Zähne machen so geilen Schaden. Deswegen ist Tough Love eigentlich ein geiles Item. Ah, der Zähne. Ah, der Zähne hat ja eigentlich... Hey. Second Boss. Down. Oh, mehr Coins. Das ist okay. Noch kann ich es reinschmeißen. Hübsch. Okay, this is interesting. das ist interessant jetzt holy mental gib mir jetzt holy mental und ich sag es ist alles drin okay 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 yeah panda you're right okay curse of the lost of course chillen einfach hinstellen einfach hin just standing okay okay ich hab keine Eile ich hab mir so viel Zeit gelassen bei meinen letzten Runs dann kann ich mir auch jetzt Zeit lassen oh mein Gott heart attack heart attack oh 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 mein Gott oh oh ne 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 oh 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 okay okay what's denn no keys oh oh was kommt da hinten oh oh good god es geht hier ab okay die sind alle ins feuer gelaufen ja geflogen okay das muss easy going sein okay where the hell am i oh 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 Das ist nur ein Witz. Das ist ein Witz. Das ist ein schlechter Witz. Boah, ich hab's nicht gesehen. War da hinten so versteckt im Dunkeln. Oh mein Gott. Okay. Okay. Ich brauche defensive Items. Ich brauche Protection. Wie wäre es eigentlich bei meinem Bossraum? Boah. 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 Das ist nichts für meine Nerven. Ohne. 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 Ohnein. Wann und wo kommt er? Ohnein. Ohnein. Das wird wahrscheinlich nur ein Damage Upgrade sein. Ich darf den Nail nicht drücken, sonst bin ich tot. Fragt er mich, ob ich immer noch mit der Lost spiele, ich werde die nächsten Wochen wahrscheinlich nichts anderes tun. Nochmal Curse of the Lost. Oh nein, 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 nein. Okay, this is pretty bad. Ohhhh, this is bad. Ohhhh, this is bad. Okay, die schießen bis rüber. Da geht's nicht mal weiter. Oh mein Gott. Ohhhh, so confused. Ohhhh, so confused. Das war unfair, that was just unfair. Das war einfach unfair. Ohhhh, das muss natürlich passieren, während ich mal einen Snife habe und damit eigentlich alles schon mal recht gut läuft. Okay, yay. Dann wissen wir was, was wir direkt anstellen. Jawoll. 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 Ja, wir werden das alles donaten. Die brauche ich noch in meinem Item-Ding und sie könnte mir hier durchaus helfen. Könnte praktisch sein. Die noch ansatzweise so gut ist wie im alten Isaac. Blue Candle was OP in Vanilla. Yep, 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 yep. Ohhhh, Cursed of the Labyrinth. Okay. Okay. Ugh. Ah, dammit. Schön. Schön. Okay. 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 Bringt mir... Keine Ahnung was es was bringt. Also ich weiß, dass es was bringt normalerweise, aber ich habe hier keine Lebensanzeige. das finde ich seltsam. Blue Candle ist gut. Okay. Vielleicht einfach gezielt mit der Candle arbeiten, weil die macht halt unglaublichen Schaden. Und dann halt hier verstecken. Ja, Gappi's Koller geht. Prockt also, auch wenn es nicht da steht, kann man also was mit anfangen. Ja, schön. Boah, auf einmal rast die Spinne los ey. Was ein Arsch. Na, wieder nicht. Dammit. Ah, komm. Ja, okay. Ah, ich will halt die Item räumen, obwohl ich ja nicht mal Schlüssel habe. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay. Ja, war ja klar, dass das alles hinter dem großen Raum ist, aber ich glaube es wird sich nicht mal lohnen. Ich habe nicht mal einen Schlüssel. Das wird sich vermutlich nicht lohnen. Ja, ich muss erstmal ein Ding aufmachen hier. Und dann kann ich da platziert die Candle reinhauen. Okay. Okay. Und dann? Das ist nicht mehr. Ja. Okay. Droppt Schlüssel bitte. Okay. 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 Ich habe noch kein Achievement mit den Lost. Ich habe hier wirklich beide Itemräume. That sucks. Nope. Die Blue Candle ist gut an dieser Stelle. Ich kenne den Small Rock. Aber der bleibt mir wohl verwehrt. Donaten sich. Yeah, that's right. In Vanilla I had to spend two keys in the first XL. But Curse of the Labyrinth comes way less than in Vanilla. Ich sage ja, die Candle ist hier richtig gut. Ah, damn it. I have no keys anyway. Okay, okay. Really? Warte, warte, warte. Maybe a good pill? God damn it! God damn it! Oh no. No! I missed. Naja, immerhin komme ich jetzt schon mal immer in die nächste Ebene. Das ist ja schon mal etwas. Pass. Good pill. Nope. Ha 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 ha. Health up. Very sarcastic game. Very sarcastic. Na komm. Hat das gerade überlebt? Ich kann es sagen, ey. Das ist mit sterben. Nein! Egal, egal, egal. Chill, 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 chill. Ja, that's good, that's good. Okay. Nope. Where to go, where to go. Ayo. Okay. Oh, that was close. Boah, okay. Okay, mein Internet hat sich gerade verabschiedet. Ich will weiter machen. Och, Double Pin. Sicher! Ja! Ja, das war aber ganz gut gerade. Okay, okay. Komm nochmal, bleibt nochmal oben. Ja, immerhin einer down. Okay, mein Internet hat absolut kein Interesse. Das bringt mir gar nichts, aber der Devil Deal ist eventuell wichtig. Warum schmiert jetzt mein Internet ab? Ich überlege gerade. Wird sich wohl nicht lohnen, oder? Wird sich wohl nicht lohnen, oder? Ich könnte so schön schnell vorwärts kommen. Aber die Blue Candle werde ich brauchen. Die Blue Candle werde ich brauchen. Die Blue Candle werde ich brauchen. Das war erledigt, weil der Stream scheinbar aus ist. Und das ist ja eigentlich eher so das Interessante hier. Jetzt heißt es eigentlich nur Itemraum finden und dann weg hier. Hi. Alles andere wäre Quatsch. I'm done.